Hallöchen an alle da draußen! Da wir ja bald schon 300 Player Girl and Hipsters sind, wird es bald ein Special geben. Zwei Abonnenten fehlen uns ja noch. Dann haben wir es geschafft, die 300. Es wird kein großes Special geben, keine Verlosung wie beim 200 Abonnenten Special. Aber es wird trotzdem was Kleines geben. Und zwar ein kleines FAQ. Also könnt ihr mir alle Fragen stellen, die ihr mir schon mal je stellen wolltet. Also schreibt sie ruhig unten rein. Aber bitte nicht unter der Güterlinie. Damit wir auch die zwei Abonnenten in dieser Woche noch schaffen, Sagt euren Freunden Bescheid, euren Eltern, euren Großeltern. Dann sind wir nämlich schon 300 Abonnenten. Das ist wirklich eine große Zahl für mich. Ja, es gibt welche, die auch viel mehr Abonnenten haben als ich. Aber ich mache das ruhig in meinem eigenen Tempo. Und deswegen stellt mir eure Fragen und dann werde ich sie beantworten. Ich freue mich schon darauf. Ihr habt Zeit bis circa am Montag ungefähr. Und dann werde ich das Video machen und dann wird das Special kommen. Dann würde ich sagen, auf die nächsten 100 Abonnenten und bis zum nächsten Mal. Stell mir eure Fragen. Ciao. 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 Ciao.